hi liebe leute guten morgen ihr euch erinnert? mein mann hat gesagt das. was hast du gesagt? dreck so. ja? warum? weil ich nicht wärst du im Gesicht weil du schwarz bist. ich habe eine idee habe ich hier eine gesichtmaske. ich zeige euch mal. liebe leute hier ist das schwarze gesichtmaske. ich muss erst mal mich duschen und dann ich appliziere das in mein gesichtbett und ich zeige es super. ja mal schauen. bis gleich. a few moments later. liebe leute. ich bin fertig mit meiner duscherei. ich muss erst mal meine haare trocken. let's go. so liebe leute. ich appliziere jetzt erst mal auf die nase. mal gucken. ich gebe ein bisschen geruch. weil es steht schon lange hier. da. aber egal. machen wir weiter. mal gucken. ich freut mich schon. wie Bernhard reagiert. okay. ich hoffe dass er auch Spaß haben wegen dir. ich habe so viel Spaß. ja mal gucken. ja. ich bin fertig. ich bin fertig. ja. wir sind fertig. let's go. du sollst nicht waschen. nicht dreckig machen. aber ich habe mir was gewartet. ich habe zwei stunden gewartet und dann geht nicht weg. es wird nichts weiter. aber was hast du da jetzt aufgemacht? ist das verfauntes krokodil oder was? ja. was ist das? was ist das? schuhcreme? was ist das? maske. ja maske für was? das ist maske. ja das ist schlapp, oder? nein. ich weiß nicht was bei einer. wie ist das? am Anfang kriege ich aber jetzt nicht mehr. so. oh la la. wenn ich so in die straße gehe und bitte einen gehen. meinst du das kriege ich? ja. ja klar. wegen schwarzer pest. da geben wir gleich 100 euro damit er fortläuft. damit du die Leute nicht ansteckst. meinst du schwarzer? kriege ich Geld davon? wenn ich mein gesetz auf die straße und bete. ja. dann die geben dir alles was sie haben. und sagen alle bedingungen. du wirst alles was ich habe. aber lauf fort. ich will deine krankheit nicht auch bekommen. ja. und wenn ich so den wert bete. bei mir ist es sowieso nutzlos. das weißt du. warum? da kommt nie was. ich bin kein selbstbedingungsladen. ich bin selbstbedingungsladen. ich muss aber. ich muss aber auf die straße. ja. ich weiß ja dass es nur farbe ist. aber draußen die denken. hast die schwarze pest. tödlich in eine halb 24 stunden. sehr anstrengend. inkubationszeit 2 sekunden. das ist ja schon trocken. das musst du wissen. du musst es mal lesen wie das geht. hau ab. hau ab. hau ab sonst stellst du die luft ab. hau ab. hau ab. hau ab. hau ab. hau ab.